Für was machst du dich zum Hampelmann? Für was liegst du wach die ganze Nacht? Für wen berührst du jeden Tag den Rand? Warum tust du dir das Ganze an? Wo sind all die Träume nur geblieben? Wann wird dein Mut endlich belohnt? Und was hat dein Lachen nur vertrieben? Wann hat die Qual sich denn gelohnt? Und jetzt fragst du dich zurecht. Für was machst du dich zum Hampelmann? Für was liegst du wach die ganze Nacht? Für wen berührst du jeden Tag den Rand? Warum? Wieso, weshalb, warum hat es denn Glauben schon verloren? Doch du lebst immer mehr und dein Herz wird belohnt. Fühl dich wie neu geboren, auf den Weg zu neuen Ufern. Wieso, weshalb, warum für die Unendlichkeit? Ja, ich lebe, ja, ich lebe, ja, ich lebe. Ja, wir leben, ja, wir leben, ja, wir leben. Wieso, weshalb, warum, weshalb, warum, weshalb, warum, weshalb? Untertitelung des ZDF, 2020